Hier sind wir im Robinson Club, in der Linie, und ich zeige euch jetzt mal hier das tolle Frühstück. Hier sind wir in den Kniegeln, in den Kniegeln, in den Kniegeln, in den Kniegeln, in den Kniegeln. Hier ist die eigene Station. Jetzt muss ich ein schönes Omelette machen lassen. Jetzt haben wir unsere Hintekanne dabei. Es ist süßig groß und das Buffet ist ein bisschen braun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Hallo Matthias, wie gefällt dir der Club? Mir gefällt der Club unheimlich gut. Er ist total schön gelegen. Es ist hier ein riesengroßer Strandabschnitt, der wirklich genau so breit ist, wie die ganze Anlage auch ist. Der Wassersportbereich ist hier vorne auf der Seite und es sind wirklich unheimlich viele Liegen und Sonnenschirme am Strand. Es kommt wirklich kein Gedränge auf, das man erst reservieren muss, sondern es sind wirklich genügend Sitzgelegenheiten und Fliegenmöglichkeiten da. Zwei ganz kleine Schildkröten hier. So bleibt man. Ich bin doch bleibt doch da. Okay. Hier ist der Spat mit Meerblick. Super doll. Ich schau da rauf aufs Meer, hat einen grandiosen Ausblick und hier war Wassersport. Jetzt versuchen wir hier also noch euch seitlich reinlegen, dass wir mit dem Arm noch mal das Recken oben gewinziehen. Und das geht so weit es geht diese Seite zu strecken. Hier eine Wasserhucke für die Kinder. Hier der Kieserflieger. Hier der Kieserflieger. Hier haben wir noch eine Kirche mitten im Ladenlager. Die Nebengebäude sind schöner als das Haupthaus. Die sind auch alle renoviert bis jetzt. Und das Haupthaus ist vierstöckig. Das soll jetzt im Winter renoviert werden die Zimmer. Und die anderen Zimmer sind schon alle renoviert. Hier ist das Convention Center. Und dann sind wir gleich wieder vorne am Hauptspeisesaal. Hier gibt es das leckere Mittagessen. Das zeige ich euch jetzt noch kurz. Das ist mit eines der besten Essen, was es so gibt. Von dem Hux her. Hier gibt es frische Pizza. Nudeln. Alles was das Herz. Und lauter solche nette Robins. Die Chis. Hier ist der Kieger, der und der Kieser sind. Der Kieserflieger. Die ganzen Robinschonner müssen hier alle mitarbeiten. Mhh. Was gibt's denn hier Leckeres? Ein bisschen Käse. Das ist eine Käse. Hier gibt es Suppe, Süßengamele, die guten Tommes, hier geht es dann gleich zur Nacht über, hier gibt es Kaffee, Kappertür, hier ein bisschen Gäse, bei Grün gibt es die Software, hier kann man sich alles nehmen, was wir machen. Das ist aber größer. Das ist aber größer. Ein Geburtstag! Wollt man stehen? Obwohl ... Ja, genau. Ne mal die Brille einmal. Ja, da juckt es auch. Bleib hier. Okay, noch nicht. Jetzt. Das ist ja nötig. Die Sonne ist ganz roh! Wenn du so machst, dann ist die Feuerrot. Wenn du so machst, dann ist die Feuerrot. Wenn du glitzelst, dann ist die Feuerrot. Nee, das ist Flugzeug, Luise. Aber so ähnlich. Das ist die Feuerrot, ne? Ja. Das ist ein Tafel. Was? Die Kette! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich zeige euch jetzt ein Zimmer im Robinson-Kelini. Hier ein Standard-Doppelzimmer. Schönes, großes Bett. Fernseher, Sitzecke, großen Balkon mit mehr Blick. Das ist auch schön. Und Matthias? Mir gefällt dir das. Mir gefällt es sehr, sehr gut hier. Es ist total schön und das Frühstück war sehr, sehr lecker. Und jetzt werden wir euch durch die ganze Anlage zeigen. Dann nachher natürlich mit einem schöneren Blick, wie den ihr jetzt hier gerade habt, hier in dem Bad. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach auf Gefällt mir unten drücken und ja, dann seht ihr andere Videos von uns. Und hier sehen wir die Bar, das ist hier Abend, da gibt es auch Abendveranstaltungen mit einem schönen Flügel. Die Halle ist super schön, groß und angenehm. Hier kann man abends schön sitzen und schön einen Cocktail sich. Hier seht ihr den Eingang vom Kliniebiet. Mit hier einer schönen Terrasse. Wir haben 200 Sitzplätze hier im Freien. Und darüber hinaus noch gucken wir uns, glaube ich, mal lernen. Wir sind gleich mal von dem Klinik-Restaurant, beziehungsweise dem Spezialitäten-Restaurant. Morgens Frühstück ab 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr. Von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Hier gibt es Mittagessen. Von 13.00 Uhr kann man hier schön zu Mittagessen mit Blick aufs Meer. Und abends ist es ein Spezialitäten-Restaurant. Da kann man ein Fünf-Gänge-Menü oder was war das andere? Riegisch-Museum. Riegisch-Museum. Genau. Kann man hier dann zu sich nehmen. Und man hat einen ganz, ganz tollen Blick. Sonnenuntergang hier über den Berg. Ein Traum. Nee, da drüben, ne? Genau. Jetzt so über Sackintus. Über der rechten Hälfte von Sackintus. Hier gibt es die Spinning-Airbnb. Genau. Das ist die Spinning-Airbnb. Gleichzeitig auch ein Shuffleboard-Feld. Die Räder beiseite nehmen. Und dahinter dann der Basketballplatz. Da haben wir gerade so einen Box-Event. Und dann noch einen Botschafter. Hier ist das Fitnessstudio. Wenn wir dann draußen. Können wir da mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ja. Hier kann man dann boxen. Ja, hier haben wir noch. Ich erwähne jetzt mal. Wir brauchen es Gott sei Dank. Wir hätten ein Hallenbad. Professional noch haben, wo man innen schwimmen könnte. Genau. Ja, das ist auch der Schöne. Alles gleich. Die Philos müssen wieder runter, oder? Ja, so ist es. Wir haben Personal Trainer auch im Hause. Die da angeht. Wir machen es selbst in Shetty Sports. Das ist ein Unternehmer für uns. Die dahingehend die Leute noch fitter machen. Morgen. Das ist ein Unternehmer für uns. Nein. Das ist ein Unternehmer für uns. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.